ich denke mal wir warten nämlich hier auf die kreuzung mit dem pendolino da ist unser ausfahrsignal unten die kmh anzahl wo ist denn der kollege andy was ich dachte dazu nackenkissen ich dachte das ist so ein ich dachte das ist so ein nackenkissen mann oder pendolino was ist das hier für ein stau what the fuck 1 2 3 4 züge was ist hier passiert